So, erstmal herzlich willkommen zu Projektcast. Und zwar habe ich mir überlegt, wir starten einfach mal eine Karriere. So, mach mal den Vornamen so. Wir lassen mal so. Deutschland startnummer 87. Du kannst in jeder der notwendigen Motorsports starten. Und wenn du zufrieden hast, bekommst du Kontrakte, um in anderen Motorsports teilzunehmen. Das ist natürlich sehr schön. Jetzt muss ich jetzt mal überlegen. Stufe 8 ist einfacher als Stufe 1, oder? Prototyp, ja, na sicher. Herzlichen Glückwunsch. Ein Team ist interessiert in dich als Fahrer. Schau mal und schreib das Kontrakte, damit wir beginnen können. Kart 1 Vertragsangebot Schön sie endlich kennenzulernen. Wir würden ihnen gerne das Angebot unterbreiten, nächstes Jahr für die Torku Wilders im Wettbewerb Kart 2 zu fahren. Sie sind uns durch ihre vorige Erfahrung als jemand aufgefallen, von dem wir glauben, dass wir ihn in unserem Team voll und ganz unterstützen können. Und dass er das Beste aus unseren 125er CT Shifter Kart herausholen kann. Sollten sie ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns sehr darauf freuen, alles in die Wege zu leiten, um einen Vertrag aufzusetzen. Vielen Dank für Ihre Zeit, wir hoffen weiter auf Ihre von Ihnen zu hören. Kart fahren. Reparatur, Reifenwechsel, Benzin... Das wird auf jeden Fall witzig. Gut, wir werden uns die Scheiße hier mal nicht alle... Ach ja, komm. Nicht so viel labern. Gucken wir uns erstmal in den Kalender an. Gut, und dann wollen wir auch gleich mal anfangen. Weil das, die alte war, die Lala, das ist eine alte nur Information, die brauchen wir uns ja nicht irgendwie antun. So, zwei Runden. Gegnerstärke 50% ey. Neustart mach ich mal aus. Ja, dann werden wir einfach mal teilnehmen. Boah, wie wird denn das ausgesprochen? Glänzern ist... Rennort für einiges Königreich. Ja, ja, lange nicht. Boxenstrategie, Voreinstellungen aktiv. Ne, dann wollen wir mal. Boah! Boah! Boah, Alter, Grokard mit Lenkrad. Ja, das wird witzig. Boah, schwer auf jeden Fall. Fuck. Boah, gar nicht so einfach, ey. Ja, das sind dann die Punkte, ja, ja. Weiter zum zweiten Rennen. Fahren. Oh, scheiße. Dann ist die Scheiße kompliziert, ey. Oh, fuck, ey. Wow, musste gerade ein Go-Kart sein, ey. Oh, man, ja. Oh, Mann, ey, vorletzter, ey. Oh, Mann, ey, komm, mach mal, gell, was anderes nochmal. Oh, Mann, ey, komm, mach mal, gell, was anderes nochmal. Nochmal Go-Kart. Und ne 2 von 3. Alter, das ist voll schwer, ey. Ja, gut, der Anfang war scheiße, mal gucken, was wird's jetzt besser. Im Regen, oder was? Oh, Mann. Ey, du Arsch, alter. Piss dich. Ja, fast, ja, fast neu gekriegt, ey. Wenn das jetzt das Lenkrad hier nicht mehr verschieben würde, ey. Oh, Mann. Gleich weiter hier. Keine Zeit zu verlieren. Oh, Mann. Oh, Mann. Diese scheiß Gedrängel hier. Ah, komm, komm, komm. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Na, witzig machen, ey. Na, witzig machen, ey. Da muss man ein bisschen aufpassen. Na, die haben ja auch 50% Gegnersteck eingestellt, Alter. Ist doch Hammer. so kalender runde 3 von 3 ich mach mal ein bisschen runter weil das ist ja 50% ich mach mal auf einsteiger mal gucken ob das funktioniert man kann ich ja immer ein bisschen steigern danach oh da ist vorne geil kleine dreck so den hole ich mir oh fahrern mal ey da sind das hier Kurven oh ist mal rinkommen hier ey sehr schön naja ging doch schon mal auf geht's zum zweiten rennen oh ist aber dunkel hier da wollte die dreck sau schon wieder geholt da wollte die dreck sau schon wieder geholt ja so muss es sein man haben die zunde ey ja schon ganz lustig das ist ja das ist ja das ist ja ja schon ganz lustig das geräusch ist geil ja, ja, Projektcars ist schon was fein jetzt hier ich bin ja mal gespannt wie das später ist, ey, mit den richtigen Autos, ey sehr schön, ja, ist schon geil sehr schön, weiter weiter Karrierezentrale zurück herzlichen Glückwunsch Silberaushälschung für den Sieg bei Kart 1 UK Nationals verliehen dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Spritze Stop und machen auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde weiter also Rotterin, bis dann, yeah